Wer hätte das gedacht? Ein deutscher Winzer hat seine Leidenschaft zu Wein in Kanada, direkt unweit der Niagara-Fälle in einem Weingut verewigt. Das Reif-Estate lädt ein zu köstlichen Weinproben, kulinarischen Finessen und jeder Menge Infos zum Thema Wein. Übrigens auch der leckere Eiswein kommt hierher, denn die Klimaverhältnisse erlauben die perfekte Reifung der Trauben für Eiswein. So hat der kanadische Eiswein eine besondere Qualität. Wer die Niagara-Fälle besucht, sollte auf jeden Fall einen Stopp auf dem Weingut einlegen. Musik 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 Musik